Mein Name ist Marco Diernofer und ich bin Energieexperte bei Linde Material Handling. Unternehmen haben aus verschiedenen Gründen den Bedarf, die elektrische Leistung in ihren Betrieben aktiv zu managen. Dafür haben wir den Linde Connect Charger entwickelt. Mit dem Linde Connect Charger sind wir in der Lage, Lithium-Ionen-Ladegeräte intelligent miteinander zu vernetzen. Mit der intelligenten Vernetzung haben Sie die Möglichkeit, anhand von Ladezustand des Fahrzeugs, dem Fahrzeug selbst, dem Ladegerät oder der Batterie-ID zu priorisieren. Das bedeutet für Sie, langfristige Energiekosten einzusparen.